Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Jeder sucht von Herzen ein Ziel. Man nennt es vielleicht nicht immer Gott, aber irgendwie etwas, ein höheres Wesen, das einem helfen kann. Der Heilige Geist führt dich nicht unbedingt in eine Kirche oder irgendwo in einen Gottesdienst, wo du an Weihnachten einmal was davon erfährst, sondern er führt dich wirklich ans Herz des Vaters. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wer freut sich auf ein wunderbares Geschenk? Ein paar brauchen gar kein Geschenk, wie ich das sehe. Unsere Erwartungen in unserem Leben sind auch sehr groß. Wir werden geboren und dann, so wie wir Verstand entwickeln, dann erwarten wir schon große Geburtstagsgeschenke. Später gehen wir in eine Schule, wir machen einen Abschluss, wir erwarten, dass wir gut sind, wir erwarten, dass wir einen guten Job bekommen und Karriere machen. Und es ist irgendwie, wir erwarten, dass immer alles größer, weiter, schöner wird und die Dimensionen, wir leben in einer Welt, wo es eigentlich so heißt, was kostet die Welt und warum nicht so und so groß und so weit und die Dimensionen und jene Dimensionen. Manches mag ja richtig sein und es ist auch wichtig, dass wir eine Perspektive haben. Aber, wem folgen wir wirklich? Einem Erfolg? Viele erleben in der heutigen Zeit, dass sie ganz wunderbare Berufe gelernt haben und möchten eigentlich eine Anstellung und es gibt keine. Und dann sagt man, ja, die ganze Karriere ist im Eimer, obwohl gute Noten. Ich sage euch heute etwas, wie ihr einem Stern folgen könnt, der zum Ziel führt. Ich möchte aus Matthäus 2, Vers 2 lesen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehend sehen und sind hierher gekommen, um den König anzubeten. Das ist Vers 2. Und dann passiert sehr viel und in Vers 9 geht es weiter. Und das unglaubliche Geschirr, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus, dem Stall stehen, in dem das Kind war. Das ist doch interessant. Die sind losgegangen, wollten den König sehen und was haben sie gefunden? Ein Kind. Ja, wir wissen die ganze Geschichte, aber müsst ihr euch mal das vorstellen. Sie wussten ja nicht, dass das das Kind ist, sondern sie wussten, sie mussten den König finden. Du folgst vielleicht auch einem Stern und endest irgendwo bei deiner Suche im Stall. Dann sagst du Volltreffer heute Morgen. Ich habe etwas ganz Großartiges gesucht und bin wirklich irgendwo im Stall angekommen. Du suchst Reichtum, Erfolg, Anerkennung und du wirst in einen Stall geführt. Anstelle dem König auf dem Thron kommst du in den Stall und was siehst du da? Mutter mit Kind. Und ich sage dir eines, folge dem richtigen Stern. Ich sage dir auch gleich, was der Stern bedeutet. Folge dem richtigen Stern. Und du kommst dann in einen Stall und verstehst, wie man so heute sagt, man versteht die Welt nicht mehr. Ja, manchmal versteht man die Welt auch nicht mehr. Aber man versteht nicht mehr. Man kommt in den Stall, man möchte eigentlich im Königshaus bei jemand ganz Reichem landen, der alles irgendwo im Griff hat. Und dann kommt man dorthin und wie so die Weihnachtskrippen gebastelt werden, dann ist da noch ein Ochsen und ein Schaf und du sagst, ja, da bin ich voll dabei. Ja, also da kommt man direkt dorthin, wo man eigentlich nicht gedacht hat, hinzukommen. Die Sterndeuter, sie suchten den König und wisst ihr, sie waren genauso wie wir. Sie stoppten am Palast vom Herodes und haben gedacht, das ist es. Wir suchen den König. Wir suchen den König, der verheißen ist. Wir suchen diesen König und sie haben einen König gefunden. Aber es war nicht der Richtige. Und da müssen wir auch schauen und das ist eine wunderbare Geschichte auch, dass wir nicht irgendwie den ersten besten König nehmen, wie jetzt da der Herr Rodes, sondern dass wir den richtigen König nehmen, weil es geben sich so viele aus als Könige, als Retter, als die Hilfe. Wir kennen unsere ganze Werbung, was alles die Hilfe verspricht und doch wirklich keine Hilfe ist. Aber diese Sterndeuter oder Weißen oder wie man sie auch nennen mag, die sind dann weitergegangen, weil sie gesehen haben, also der muss es nicht sein. Und sie haben sich gefreut, dass der Stern weitergegangen ist. Und dann hat er dort gestoppt, wo sie gar nicht dachten, dass dort überhaupt irgendwie etwas zu finden ist, wo brauchbar ist. Wenn wir suchen, erwarten wir immer, wie ich angefangen habe, Großes, Weites, Schönes. Und wisst ihr, wenn man ein schönes, großes Päckchen bekommt, einen Riesenberuf hat und Titel hat und so weiter, man erwartet so viel Großes und ist dann enttäuscht, wenn man im Stall gelandet ist. Ich habe in den letzten paar Tagen einiges gehört von großen Leuten, die viel gewirkt haben, wie auch der Mr. Windows, Bill Gates und auch andere, wie die eigentlich angefangen haben. Da war auch viel Stallerfahrung dabei. Ich meine jetzt nicht Christerfahrung, sondern Stallerfahrung. Bei all ihrem Können haben sie sehr viel untere Wege durchgemacht. Und ich glaube, wir sind heute alle hier, die schon viele Wege durchgemacht haben, wo es nicht so gut ging, wo es nicht so prickelnd war, wo wir dachten, ich habe mir das Leben ganz, ganz anders eigentlich vorgestellt. Die Weißen, meine Lieben, die Weißen haben drei Dinge getan, als sie zum Stall kamen. Und das möchte ich jedem heute auch mit nach Hause geben. Sie haben drei Dinge getan, die wir auch heute tun sollten. Sie haben Ausschau gehalten nach Gott. Zweitens, sie gaben alles, was sie hatten, im Stall. Ich meine jetzt nicht das Opfer, das nachher erhoben wird, dass ihr jetzt alles irgendwo da lasst. Ich meine vielmehr euer ganzes Leben, dass ihr wirklich Jesus hingeben könnt. Drittens, sie gingen einen anderen Weg weiter. Also sie sind nicht wieder zurückgegangen, sondern sie gingen einen anderen Weg weiter. Viele von uns, wenn nicht sogar alle, haben gestartet als Sternen und sind irgendwo im Stall gelandet. Und ich sage dir, du brauchst diese Stallerfahrung. Nicht, wie soll ich sagen, nicht die Brunk und allem Möglichen. Wir wissen, das ist mal schön. Denn Jesus kam nicht im Königspalast zur Welt, sondern im Stall, um jeden Menschen zu ermöglichen, zu ihm zu kommen. Ich hatte schon das Vorrecht, bei Königshäusern zu sein, Backegem Palace und UN und so weiter. Und je höher die ganze Institution wird, desto schwieriger wird es, hineinzukommen. Ich weiß, in der UN, das war eine riesen, riesen Abwaschprozedur, bis man da mal drin ist. Und dann gibt es die Besucherebene und dann gibt es die Ebene, wo der Sicherheitsrat ist. Und bis man dort ist, das ist so schwierig. Und dann heißt es, ja, hier, dieser Bereich ist international, dieser Bereich gehört diesem Land und jenem Land. Da darf man fotografieren, einen Meter weiter darf man wieder nicht fotografieren. Und es sind so viele Regeln dort einzuhalten. Und dass keine Regeln einzuhalten sind, wenn man zu Jesus kommt, er kam im Stall. Und er ist aber dort nicht geblieben, möchte ich mal vorausschicken. Aber er kam im Stall, dass wir alle, egal wie wir sind, reich, arm, dick, dünn, groß und blond oder gar keine Haare, Egal wie wir sind, können wir wirklich zu Jesus kommen. Die Tür steht offen. Die Tür steht offen. Und du brauchst nicht irgendwelche Ausweise oder Einladungen, die du vorzeigen musst. Oder irgendwo ein roter Teppich. Sondern die Tür steht wirklich offen. Und der Stern hat diese Weisen dorthin geleitet. Und sie hielten Ausschau nach Gott. Und heute, auch selbst Atheisten, möchte ich behaupten, haben Ausschau nach etwas, wo wirklich ihnen weiterhilft, wo ihnen eine Zukunft zeigt, wenn auch oftmals gesagt wird, wir glauben an keinen Gott. Jeder sucht von Herzen ein Ziel. Jeder sucht von Herzen auch etwas, man nennt es vielleicht nicht immer Gott, aber irgendwie etwas, ein höheres Wesen, das einem helfen kann. Und wie ich sagte, zweitens, sie gaben alles, was sie hatten im Stall. Sie haben so vieles mitgebracht für die damaligen Verhältnisse. Selbst für die heutigen Verhältnisse ist das sehr, sehr viel, was sie da mitgebracht haben. Und wenn wir heute, was können wir heute geben? Wir wissen nicht, wie lange unser Euro hält. Das ist weniger die Sache, sondern wir können unser Ich geben. Unser ganzen Mensch. Wir können das Jesus geben. Und wenn wir das Jesus geben, kann er was Wunderbares daraus machen. Glaubt ihr das? Er kann was Wunderbares daraus machen. Und dann heißt es im Wort Gottes, sie gingen einen anderen Weg zurück oder weiter. Sei dir sicher, der Stern führt dich dorthin, wo Gott ist. Du sagst, wo? Welcher Stern? Dieser Stern hier, den eine Mitarbeiterin gebastelt hat für heute. Nein, nicht dieser Stern, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist das, was damals der Stern war. Er möchte dich ans Ziel führen. Und das Ziel ist immer in Gottes Nähe. Der Heilige Geist möchte dich zu Jesus führen. Und das ist heute nicht mehr der Stall in Bethlehem, sondern es ist wirklich die Gegenwart Gottes, wo wir auf dieser Erde schon erleben können. Und das brauchen wir persönlich. Der Heilige Geist führt dich nicht unbedingt in eine Kirche oder irgendwo in einen Gottesdienst, wo du an Weihnachten einmal was davon erfährst, sondern er führt dich wirklich ans Herz des Vaters. Und das ist das Wichtige. Das ist das, was Gott wollte, dass du wirklich mit ihm in Verbindung treten kannst. Und der Heilige Geist, jeder, der Jesus annimmt und sagt, Ja, Herr, leite du mein Leben. Der hat den Heiligen Geist in sich, wie es die Bibel sagt. Und der Heilige Geist ist der, der dich zu Jesus leitet. Der dich zu den Taten anleitet, wie sie in der Bibel geschrieben steht. Der auch mal sagt, stopp, das mach nicht, das ist nicht gut. Und wie der sagt, da geht's lang. Und diesen Stern, möchte ich sagen, Stern, den Heiligen Geist, den brauchen wir in der heutigen Zeit, wo wir nur noch irregeleitet werden von Medien, von Meinungen, von Politik und was auch alles unterwegs ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Die Bibel zeigt uns den Weg über den Stahl zur Lösung, die Jesus Christus heißt. Und da ist wirklich die Lösung. Wenn wir sehen in der Bibel, so viele haben das erlebt. Josef, der bekannte Josef in der Bibel, der hatte auch sozusagen den Stern oder die Sternerfahrung, Stern zum Stall. Er hat eine Riesenberufung gehabt und er hat dann leiden müssen in einer Zisterne. Er war im Gefängnis und so weiter. Und nachher wurde er zum zweithöchsten Herrscher. Er hat auch so eine, wie soll ich sagen, Sternerfahrung und Stallerfahrung mitgemacht. Wir kennen David, David hat so viel durchgemacht. Einmal war seine Familie gefangen genommen in Ziklag. Wir kennen diese Bibelstellen. Und auch David hat das durchgemacht. Er war so treu, er hat auch seine Fehler gehabt. Jeder in der Bibel hatte seine Fehler. Und ich glaube, wir auch. Oder gibt es hier einen, der keine Fehler hat? Ich weiß nicht, wir suchen immer noch den einen. Wir kennen einen, diesen da, Jesus. Aber ja, er war auch so durch Tiefen, durch Stallerfahrung kam auch er zu dem Sieg. Wir kennen den Paulus im Gefängnis. Wisst ihr, er hat so vieles durchgemacht. Auch der Paulus, klar, hat er auch viel angestellt. Aber er war nicht wegen dem im Gefängnis, sondern weil er Jesus nachgefolgt ist. Er hat auch so eine Stallerfahrung gemacht. Und wisst ihr, wenn man im Kerker sitzt, ganz tief unten, ich glaube, solche Gefängnisse, im Westen wird es nicht mehr das geben, vielleicht gibt es noch wo solche, wo dann alles so dunkel und Ratten und all das Mögliche, das ist so eine Stallerfahrung. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben Lobpreis gemacht. Ehre sei Gott in der Höhe. Und der Stern sozusagen hat sie durch dieses hindurchgeführt, auch auf einen wunderbaren Sieg hin. Und so sehen wir in der Bibel so viele schwache Christen. Die sehen immer nur Gott im Segen. Du musst ein guter Christ sein, du wirst gesegnet. Sie sehen Gott nur, wenn Gutes geschieht. Aber starke Christen sehen Gott im Guten wie auch in den Herausforderungen. Auch in den Stallerlebnissen sehen starke Christen, ihr Lieben, wir haben von der Bibel verheißen bekommen, dass es eine Wüste gibt, aber dass Gott uns durch die Wüste zum Sieg führt. Und das ist eine Zeit manchmal der Ausbildung. Und ich glaube, für diese Sterndeuter, die da waren, die Weißen, wie sie genannt werden, war das auch eine Ausbildung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich gleich vorgestellt haben, da muss irgendwo ein Stall sein. Nein, es war auch ein Erlebnis für sie. Und ich sage dir, folge dem Stern zum Stall. Folge dem Heiligen Geist in die Gegenwart Gottes. Weil die Gegenwart Gottes ist besser als all dieser Prunk dieser Erde und all dem Geld, das es vielleicht zu haben gibt. Da gibt es viel mehr. Und ihr Lieben, die Weißen gaben ihr Bestes im Stall. Was ist dein Bestes? Dein Bestes ist eigentlich dein Leben. Das Geld hat auch irgendwo eine Rolle, aber gib eigentlich das, was du bist, gib das Jesus. Und er macht etwas Wunderbares daraus. Er möchte dich zum Ziel führen. Er hat für dich die Lösung. Er hat für dich die Lösung hier auch noch auf dieser Erde. Ich habe es vorher gesagt, wie Menschen kamen, für die gebetet wurden, Sonntag für Sonntag, die sagen, Gott hat mein Gebet erhört. Und das ist eine Erfahrung, wenn wir mit dem lebendigen Gott wandeln. Stimmt das? Das ist die Erfahrung, wenn wir mit ihm wandeln. Echte Christen gehen eine Meile weiter mit jemandem, der vielleicht in Not ist. Da möchte ich noch Matthäus 5, Vers 41 lesen. Wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe zwei Meilen mit ihm. Und das ist auch, ihr Lieben, so etwas in jeder Lebenssituation. Gib dein Bestes. Auch wenn es im Stall ist, gib dein Bestes. Wenn es einmal richtig schön ist, gib dein Bestes. Wenn es schwierig ist, gib dein Bestes. Wenn du krank bist, gib dein Bestes. Denn du dienst auch damit anderen. Und nicht, die Christen sind manchmal sehr gerne dabei, wenn es am Wett jammern. Das Wett jammern, wisst ihr. Wer kann am besten jammern? Wir sollen aber nicht am besten jammern können, sondern wir sollen auch unserem Nächsten dienen. Und das ist das Wunderbare. Und ihr Lieben, manchmal ist es schwierig, dorthin zu kommen, aber es ist wichtig, dass wir es tun. Der Durchschnittskrist möchte immer, dass es schnell geht. Und wir waren mal auf dem Empire States Building. Ihr kennt ja das Haus, das hohe Haus in New York. Und wir mussten zwei Stunden uns anstellen. Und nebendran war ein Treppenhaus, wo man zu Fuß hochgehen konnte. Ich habe keinen gesehen, der durch diese Tür ist, um hochzugehen, sondern jeder hat stillschweigend zwei Stunden gewartet, bis alle durch waren und man hochfahren konnte. So machen es manchmal die Christen auch. Sie warten, bis der Fahrstuhl zum Glück, der Fahrstuhl zur Hoffnung, der Fahrstuhl zur Heilung, bis der da ist. Aber ich sage dir, es gibt auch ein Treppenhaus, wo du sagen kannst, Mensch, ich gehe jetzt heute los, dem Ziel entgegen. Ich gehe heute los, dem Ziel entgegen, Schritt für Schritt, immer einen Stock weiter, immer einen Stock weiter und noch einen Stock weiter. Und ich sage dir, nimm das heute mit, mach den ersten Schritt. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, denn du kommst ganz sicher dann auch oben an. Und das ist wichtig, dass wir ankommen. Ja, wenn ein Weißer den Stahl findet, ihr Lieben, wird er einen anderen Weg zurückgehen. Wenn du bei Jesus warst, wirst du nicht mehr den gleichen Weg weitergehen auf dieser Erde, sondern es kommt so eine Wärme, es kommt so eine Liebe in dich hinein, dass du sagst, nein, den Weg, den ich bisher gegangen bin, den will ich nicht mehr gehen. Ich möchte einen neuen Weg gehen. Hattest du schon so ein Stallerlebnis? Ein Erlebnis, das dein Leben verändert hat? Ich glaube, die sind so in den Stall gekommen, das kann es nicht sein, aber wir schauen mal rein. Und als sie eigentlich in den Stall kamen, kam so eine Herrlichkeit, dass sie gesagt haben, das ist unvergleichbar mit irgendwie etwas auf dieser Welt. Und ich sage dir, wenn du Jesus begegnest, hast du ein Erlebnis, das unvergleichbar ist und da ist nicht mehr der Stall das Ausschlaggebende, sondern die Begegnung. Und in unserer heutigen Zeit, wo es Arme, Reiche und alles Mögliche gibt, es ist für jeden möglich, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und ich sage dir auch, komm in diese Gegenwart Gottes. Gott wurde für uns Mensch und hat wirklich menschliche Einschränkungen auf sich genommen. Er wurde Mensch. Er hat genauso Schmerzen verspürt. Er hat das für uns getan. Und dieses Kind in Bethlehem war kraftvoller als das römische Reich, das zu der Zeit gerade war. Wisst ihr da, Kriege führen und römische Filme, kennt ihr vom Fernsehen. Stark und mächtig und die Römer sind sehr stark gewesen. Und das kleine Kind im Stall war mächtiger als das ganze römische Reich. Das römische Reich gibt es heute nicht mehr. Jesus gibt es immer noch. Und Jesus ist nicht mehr das Kind im Stall oder das Kind, das das irgendwo schreit und Windeln braucht, sondern er hat für uns die Erlösung erwirkt, dass wir ihm ganz, ganz nahe sein können. Und das ist das Wunderbar, dass wir ihm nahe sein können. Gott gebrauchte nicht intelligente Bibellehrer der damaligen Zeit, er gebrauchte ein Kind im Stall. Und das Kind im Stall wurde zum Retter für jeden, der gerettet werden will. Und das ist wunderbar. Lass dich vom Stern leiden, lass dich vom Heiligen Geist leiden, auch heute zu Jesus hin. Und wir haben gelesen in der Bibelstelle am Anfang, das Unglaubliche geschah, der Stern. Und ich sage dir auch heute, das Unglaubliche geschah, der Heilige Geist ist für dich ausgegossen. In dein Herz hinein. Er möchte dich leiden. Folge dem Stern, dem Heiligen Geist. Und du wirst das Ziel erreichen, das Jesus für dich vorgesehen hat. Möchtest du dieses Ziel erreichen?